Ich kann natürlich heute nicht sagen, wie diese Diskussionen ausgehen werden, aber dass Handlungsbedarf da ist, ist glaube ich uns allen bewusst. Wir denken nicht über unsere Leben, aber wir denken über die Europäische Wir denken, dass die Situation viel besser wird und dann gibt es so viele Möglichkeiten. Wir wissen, dass Menschen da sind, aber das ist so. Meine Fragen für die Europäische Gesellschaft sind, dass sie gut sind, dass ihre Standards Sie sind gut entwickelt worden und was ich nicht mag, ist, dass sie die Schlimmation und die Realität haben. Es ist eine Prozedur, die auf dem, was Sie ihnen sagen. Warum sind Sie hier? Und warum haben Sie Ihr Land geblieben? Ob weniger als eine Blume in der Gesellschaft für Dekoration wäre. Und man sieht nicht den Reichtum, den man haben kann, aufgrund neuer Leute, die herkommen, aufgrund Menschen, die eine andere Kultur mit sich bringen. Wir haben versucht, zu erkennen, wer wir sind, was wir haben und was wir nutzen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.